Helfer hört man von mehreren Seiten in letzter Zeit und jetzt haben wir herausgefunden und analysiert, warum das natürlich ein Flop ist. Und zwar die Fragen der Leute, also natürlich wird dabei immer so lange um den heißen Brei geredet, damit man gar nicht versteht, wo der Fehler ist in dem Konzept. Aber die Leute stellen dann Fragen, die Zuschauer stellen Fragen, die natürlich nicht richtig beantwortet werden, sondern da wird wieder auch abgelenkt von den Fragen. Und dabei ist das die Antwort ganz einfach. Und Friday for Future, vielleicht war das auch ein Flop von Anfang an und wir sind so ein bisschen darauf reingefallen als Next Scientists for Future auf eine Strategie, eine Spenden-Erbetteleih-Strategie von irgendwelchen Geschäftsführern. Und dann wird es auch noch kurz darum gehen, warum Hunger und Armut verschwinden. Und hier, liebe Herren und Damen, Sieber, Romberg, Bakhti, Föhlmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen. Heute Abend ist bei uns eine ganz wichtige Talkshow mit einer der Top-Expertinnen der Welt zum Thema, in welche Richtung liegt eigentlich eine glückliche, eine Politik für eine glückliche und gesunde Gesellschaft. Sie können sich noch jederzeit telefonisch melden und dann können wir gucken, dass Sie dann eben auch an der Talkshow teilnehmen. Ja, aber jetzt noch mal zurück hier. Helfer. Was ist der große Irrtum bei Helfer? Wo ist der Flop-Aspekt? Ich lese erst mal vor. Helfer würde nur innerhalb von Bonobo-Schenker-Kommunen funktionieren. Außerhalb, und die Leute denken ja gar nicht daran, in eine urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommune einzuziehen, sozusagen. Außerhalb kann es nicht funktionieren. Ja, außerhalb würden nur alle Unfähigen mitmachen. Ja, denn die Fähigen oder den Fähigen, die sonst 500 Euro pro Stunde bekommen, würde es nicht reichen, eine Stunde zurückzubekommen, für die Sie auf dem freien Markt nur 10 Euro bezahlen müssten. Also die Fähigen verlieren also, wenn Sie da mitmachen beim Helferprojekt pro Stunde 490 Euro. Warum sollten Sie das machen, wenn das keine Liebeskommune ist? Ja, man muss ganz klar sagen, der, auch der Bonobo-Kommunismus ist ein Geben und ein Nehmen und nicht nur ein Nehmen. Ja, und das Geben und Nehmen bedeutet, dass die Bonobo-Männer für ihre Geschenke, ihre helfenden Geschenke sozusagen belohnt werden, zum Beispiel auch durch sexuelle, intensive Liebeskontakte, zum Beispiel all der Frauen, die hoch dankbar sind für diese Geschenke. Wenn aber in solch einer Kommune, ja, zum Beispiel dann auch nur unattraktive Frauen, zum Beispiel dabei sind, ja, warum sollte dann ein fähiger Mann jemals bei einer Helfer, beim Helfer-System mitmachen, wenn er jede Stunde 495 Euro verliert und die ja da mitmacht und wenn es vielleicht sogar eine Gemeinschaft ist, aber quasi der Sex schlecht ist, die Frauen unattraktiv und so weiter. Also sie merken, also das sind, das ist einfach ein Flop-Konzept, ja, denn übrig bleibt dann am Ende, wenn man das ganze Helfer-Konzept, muss man ja dann weiterdenken, stellen wir uns vor, es würde sich ausweiten auf den gesamten Staat, dann würde es bedeuten, dass alle Fähigen das Land verlassen würden und sozusagen letztendlich sagen würden, ja, dankeschön, dass, aber ich habe im Rahmen des Helfer-Konzeptes, hier bitte unten an dem rundlichen Ding, schneller drehen, mindestens alles immer schauen mit 1,5 bis 2 facher Geschwindigkeit, weil ich ja auch so langsam rede, ja. Also das heißt, die fähigen Leute verlassen dann Deutschland, weil sie sagen, jedes Mal, wenn ich da ja mitmache, verliere ich ja im Verglichen mit der, mit der weltweiten Situation und wenn ich dann in Deutschland nur schlechten Sex habe, dann lohnt sich das nicht, dann gehe ich lieber ins Ausland und für die 490 Euro pro Stunde kann ich mir so viel Luxus leisten, dass dann auch die Frauen ein richtiges, und zwar die attraktiven Frauen ein richtiges Interesse an mir haben, also interessiert mich dieses Helferland nicht, dieses Helferland Deutschland. Also man kann sagen, das Ganze ist schon ein totgeborenes Kind, weil es auf völlig falschen, auf einer Unkenntnis der menschlichen Natur und der menschlichen Psyche beruht und als ob jetzt alle Fähigen jetzt plötzlich zu völlig selbstlosen, unegoistischen Samaritern würden, deren einziges Anliegen wäre, den Unfähigen im Helfer-Kontext sozusagen mit ihrer großen Kompetenz kostenlos und ehrenamtlich zu helfen. Das werden die nicht tun. Menschen sind anders, als man sich das bei Helfer erträumt. Ja und vielleicht haben wir geträumt, als wir Fridays for Future, als wir gehofft hatten, dass Fridays for Future eine gute Sache sein könnte, vielleicht war es nur ein ganz normales NGO-Projekt, ein Geschäftsmodell, ganz normales Geschäftsmodell. Wir kassieren die Spendenbereitschaft der Bevölkerung beim Thema Klima gnadenlos ab, indem wir da so ein paar Kinder bettelwirksam für uns betteln lassen, auf der Straße betteln lassen. Die Medien werden das aufgreifen und dann haben wir eine tolle Bettelwirkung, weil Kinder immer gut wirken als Bettler sozusagen und dann werden bei uns viele Spenden eingehen, auf den Spendenkonten von Fridays for Future und dann werden wir als Geschäftsführer uns da fürstliche Gehälter abgreifen und so weiter. Ich fürchte, so ist das gelaufen, das Ganze. Alle wurden nur benutzt von irgendwelchen Geschäftsführern oder Geldmachern sozusagen. Das erklärt auch, dass man niemals ein Interesse an einer Lösung des Klimasproblems hatte, denn alle NGOs dürften ja an der Lösung ihres Problems keinen Interesse haben, denn wenn das Problem gelöst ist, dann gibt es ja keine herzzerreißenden Bilder von Eisbären mehr und dann kann man auch keine Spenden mehr erbetteln. Und da hilft dann unsere Lösung, hilft nämlich so, wie verschwinden Hunger und Armut und andere Weltprobleme automatisch, indem wir in Deutschland und in der Welt am besten ein weltweites Bettelverbot und Erbettelverbot und damit ein Bettelverbot für alle NGOs machen. Die NGOs, da kann ja jemand hingehen und mit seinem eigenen Geld einen Privatzoo aufmachen, aber er darf nicht an die Bürger herantreten und sozusagen sagen, hier habe ich ein erbettelndes Spendenkonto und hier erbettele ich von euch Gelder, weil dieses moralische Druck machen, wir müssen einfach verbieten, wir müssen das einfach als Straftat erachten, anderen Menschen moralischen Erpressungsdruck zu machen, so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht deinen Geldbeutel zückst, dann bist du ja ein Unmensch und bist du ein böser Mensch. Diese moralische Manipulation dürfen wir einfach überhaupt nicht mehr zulassen. Grundsätzliches Verbot jeglicher Bettelei und jeglichen Erbettens und jeglichen Spendens. Der Staat kann ja da Spendenkonten aufmachen. Wer unbedingt spendenwillig ist, kann in die Staatskonten spenden und die sorgen auch dafür, dass es dann ohne schädliche Effekte abgeht und sozusagen, ja und dann werden wir sehen, dass wahrscheinlich alle NGOs verschwinden, weil dann niemand sich mehr daran bereichern kann und wenn sich niemand mehr bereichern kann, dann hat, dann verschwindet wahrscheinlich auch, verschwinden auch wahrscheinlich alle NGOs, die waren ja sowieso alle sinnlos und schädlich aus meiner Sicht, ja. Ich glaube, dass niemand mehr der Natur geschadet hat als die Naturschutzverbände und und so weiter, ja, denn die Lösung lag immer nur dort, wo die Next Scientists for Future stehen, nämlich das so machen, dass die Wirtschaft nur noch belohnt wird, wenn sie das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Menschen fördert und dafür muss genauso viel Naturschutz gemacht werden, wie sinnvoll ist und alles andere ist, sind sinnlose NGOs, die am Ende wahrscheinlich nur irgendwelche Geschäftsführer bereichert haben, ja. Und alle, die dort helfen bei diesen NGOs, das sind eigentlich dann die ausgenutzten Opfer, genauso wie auch wir Opfer waren, als wir auf den Demos mitgelaufen sind, denn wir haben ja damit auch die Spettel, die die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung erholt, denn jeder, der mitgelaufen ist, auch wir sozusagen, hat ja dann gedient als Spendenbereitschafts erhöhender Faktor sozusagen, ja. Und auch die TV-Sender, die mitgelaufen sind, wir alle waren die Opfer der vorteilbringenden Irrtümer, der Geschäftsführer der verschiedenen Battle-Organisationen, NGOs und wahrscheinlich war Fridays for Future von Anfang an auch nur ein Geschäftsmodell, Spendenbereitschaft erhöhen durch herzzerreißende Appelle von Kindern und so weiter, ja. Und, ja, gut, na gut, sind wir halt drauf reingefallen. Man lernt nie aus. Ja, und Bio-Roboter, noch einmal zum gestrigen Thema, der Mensch als Bio-Roboter, ja, und seine soziale Intelligenz, es ist quasi, wir müssen uns das so vorstellen, dass die Frauen im Bonobo-Kommunismus, ja, die Bonobo-Frauen auch sozusagen, wie als hätten die ein Art Foto der Leistungsranglisten der Männer in Bezug auf deren Schenkerqualität im Kopf, ja. Und dann dementsprechend, entsprechend diesem Foto der Leistungsranglisten der Schenkqualität der Männer im Kopf der Bonobo-Frauen, das kontrolliert dann, dieses Foto kontrolliert den Zugang zu ihren Eizellen, ja, sodass die größten Schenker, die in den Leistungsranglisten ganz oben sind, bei uns wären das die Leistungsranglisten für Marktleiter, Kioskleiter, Restaurantleiter, Praxisleiter und so weiter. und ja, also alle, wir werden uns immer die Ranglisten anschauen und dann werden wir überlegen, wen wir als unseren Supermarkt, unsere Praxis wählen, sozusagen und so werden wir auswählen, wie die Bonobo-Frauen, also man sieht, also echter Kommunismus, echter Bonobo, urmatriarchaler, pazifistischer Bonobo-Schenker-Kommunismus, funktioniert nicht, ist also wie kein Modell, dass sich irgendwelche Parasiten und Sozialschmarotzer und Sozialparasiten gütlich tun können an der Leistungsfähigkeit der Fähigen, sondern die Fähigen werden bezahlt, auch bei den Bonobos bezahlt, mit größeren Chancen, der Vater des nächsten Kindes in der Kommune zu werden und kriegen also eine gute Gegenleistung. Außerdem wird die Qualität der Sexualität etwas intensiver und besser sein als für die Leistungsschwachen, also auch die Bonobo-Gesellschaft ist eine knallharte Leistungsgesellschaft und jede Ablehnung einer Leistungsgesellschaft führt in Richtung eines Pseudokommunismus und der kann nicht funktionieren. Denn der Mensch ist wie alle Tiere, Alle Säugetiere, ein hoch leistungsorientiertes Lebewesen und die Frauen sind die Leistungsmesser bei den Bonobos und bei den Menschen und auch die vergeben ihre Gunst und ihre sexuelle Gunst und ihren Zugang zu ihren Eizellen auch nur gemäß der Leistungsfähigkeit, der Geschenke der Männer sozusagen oder das, was die Männer bringen und einbringen. Ja, also wir haben es ja gesagt, das Bettelverbot führt zum Verlust von Hunger und Armut. Ja, warum verschwinden also Hunger und Armut schon direkt aus der Welt durch dieses umfassende Bettelverbot und durch alle unsere Reformen? Weil am Ende führt das alles dazu, dass sich die Gesellschaft weg evoluieren wird von diesen, ja, von den rechtsradikalen Konzepten wie Abtreibung gehört verboten und so weiter. Und es wird sich am Ende zu den gesunden, bodenständig linken Konzepten der linken Frauenemanzipationsbewegung bewegen. Und dann wird das am Ende heißen, mein Bauch und mein Neugeborenes gehören mir. Und es wird dann ganz normal, dass man als Mutter ein Kind nur dann, ein Neugeborenes nur dann überleben lässt, wenn man ihm auch etwas bieten kann. Und wenn man bettelarm ist und sich selber nicht ernähren kann und Hunger leidet, dann wird man eben das Neugeborene nicht annehmen. Und dann werden also alle, die arm sind und hungern sind, keinen Nachwuchs mehr haben. Und innerhalb, nach einigen Jahrzehnten wird es keine Armen, bis dahin werden wir die Armen füttern noch, ja. Aber danach wird es dann keine Armen und keine Hungernden mehr geben, weil genau diese keinen Nachwuchs mehr haben. Und wenn die keinen Nachwuchs mehr haben, sind dann am Ende alle Hungernden und alle Armen in der Welt weg. Und wenn sie dann noch unsere Reformen, alle Staaten unsere Reformen umgesetzt haben, gibt es dann sowieso keine Armut mehr. Ja, und so weiter, ja. Aber entscheidend, ich glaube, der entscheidende Gedanke haben die meisten noch nicht begriffen. Wenn überwiegend die Fähigen die Kinder bekommen, gibt es keinen Nachwuchs mehr, der in Armut und Hunger landet. Ja, denn Fähige werden weder Hunger leiden, noch in Armut landen. Ja, also ist das Rezept, muss lauten, dass wir auf das biologische Naturgesetz wieder zurückgehen, dass alle gut entwickelten Arten dazu neigen, gerade bei den Säugetieren, dass nur die Fähigsten die Kinder kriegen und also im Wesentlichen nur fähige Kinder geboren werden. Da geht es auch immer mal um Mutanten, die nicht überlebensfähig sind. Aber dafür haben wir ja dann das Prinzip, dass die Krankenkassen erst ab dem 12. jedes Jahr etwas anderes bezahlen als Schmerzmittel. Das heißt, wir haben zwölf Jahre Zeit, wo die Kinder quasi getestet werden. Handelt es sich um genetische Mutanten, die nicht überlebensfähig sind, dann werden sie ohne Schmerzen zu haben aufgrund der Schmerzmittel vor dem 12. Lebensjahr irgendwann friedlich einschlafen, ohne Schmerzen gehabt zu haben. Und dadurch werden wir auch dann von selbst aus wieder sozusagen das Rück abwickeln, was uns die Rechtsradikalen und die Medizinindustrie gebracht haben, nämlich dieses Hereinzüchten von genetischen Defekten in die Bevölkerung hinein, also quasi die Medizinindustrie hat ja mit ihrer pathologischen Medizinethik uns alle dazu aufgehetzt zuzustimmen, dass wir alle akzeptiert haben, dass wir zum Beispiel eben Kinder, die genetische Defekte aufweisen, anstatt sie abzutreiben. Und da ist ja dann die Medizinindustrie Hand in Hand mit den Rechtsradikalen gegangen, die eben auch Abtreibungsfeinde sind. Und sozusagen haben dann erwirkt, beide zusammen, Medizinethiker und Rechtsradikale zusammen, haben gemeinsam erwirkt, dass eben durch Operationen zum Beispiel von Ungeborenen im Mutterleib quasi genetische Defekte in die Bevölkerung hinein gezüchtet worden sind von Seiten aus der Medizinindustrie. Und das machen wir rückgängig, denn indem wir die Kinder vor dem 12. die Lebensjahr ausschließlich mit Schmerzmitteln versorgen, werden alle, die schwerwiegende genetische Defekte aufweisen, irgendwann völlig schmerzlos einschlafen. Und damit sozusagen hört endlich dieses Hineinzüchten von genetischen Defekten in unseren Genpool hinein auf. Und durch die Gesundheitsreform, die wir machen, werden uns dann auch alle Medizinethiker zustimmen und werden sagen, ja, was wir früher gemacht haben, war unethisch. Wir haben leider tatsächlich Gendefekte in die Bevölkerung hinein gezüchtet. Wir wussten es nicht besser, aber jetzt wissen wir es besser und jetzt können wir auch nur noch an gesunden Menschen verdienen. Und jetzt stimmen wir der Tatsache zu, dass wir erst ab dem 12. Lebensjahr mit all unserer Leistungsfähigkeit leben, erhalten bis zum 127. Lebensjahr, aber nicht in einer Prüfphase schon quasi genetisch defekte Mutanten sozusagen zwingen zu überleben, obwohl sie gar nicht zum Überleben gedacht sind von der Evolution, sondern in den Bereich. Die Evolution ist nun mal eine Maschine, die immer zu großen Teilen einfach auch Ausschuss produziert. Und wenn man diesen Ausschuss immer wieder zum Überleben zwingt, dann züchtet man genetische Defekte in den Genpool einer Bevölkerung hinein und ruiniert sie damit. Und er senkt ihre Leistungsfähigkeit und ihre Überlebensfähigkeit ab, indem man eben lauter genetische Defekte in die Bevölkerung hinein züchtet. Und wir alle im Ende genetisch krank sind. Ja, das war es schon wieder mit dieser kurzen und heute Abend die wichtige Talkshow. Es kann sich ja melden, wer noch teilnehmen möchte. Tschüssi, bis dann. 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 Vielen Dank.